Ein neuer Ford Tourneo steht hier zum Verkauf. Der blaue Van ist fünftürig, bietet Platz für acht Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van besticht durch sein edles Lederinterieur und zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, elektrische Sitze, ESP, Navigationssystem und noch vieles mehr. Das Sechsgangsschaltgetriebe überträgt eine Leistung von 155 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 6,5 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 34.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.